Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Anklage gegen vier mutmaßliche Rechtsextreme wegen Betrieb des verbotenen Vereins Combat 18 Deutschland. Bundesanwaltschaft formell Anklage gegen vermeintliche Rechtsextremisten erhoben. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen mehrere mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Terrorgruppe Revolution Chemnitz erhoben. Dies wurde in einer offiziellen Pressemitteilung der Behörde bekannt gegeben. Die Angeklagten werden von der Bundesanwaltschaft beschuldigt, Mitglieder, Unterstützer der rechtsextremistischen Terrorgruppe zu sein. Die Gruppe soll Pläne geschmiedet haben, den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland durch Anschläge zu stören. Wie aus Ermittlungsakten hervorgeht, sollen die Mitglieder der Gruppe unter anderem Anschläge auf politische Gegner, Menschen mit Migrationshintergrund und Journalisten geplant haben. Zudem sollen sie Waffen besessen und den gewaltsamen Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung angestrebt haben. Die Bundesanwaltschaft hält die Beweise für die Vergehen der Gruppe für erdrückend. Es wurden diverse Beweisstücke sichergestellt, darunter Waffen, Propagandamaterial und Kommunikationsdaten, die auf die Pläne der Gruppe hinweisen. Die mutmaßlichen Mitglieder von Revolution Chemnitz wurden im Oktober 2018 festgenommen. Bei einer Verurteilung drohen ihnen hohe Haftstrafen. Die Verteidigung der Beschuldigten hat bisher keine Anträge zur Einstellung des Verfahrens gestellt. Dieser Fall zeigt erneut die ernsthafte Bedrohung, die von rechtsextremistischen Gruppierungen in Deutschland ausgeht. Die Bundesanwaltschaft betont, dass sie solche Gruppen mit aller Härte verfolgen wird und dass die Sicherheitsbehörden wachsam bleiben müssen, um rechtsextremistische Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. Wie immer müssen wir uns daran erinnern. Der Rechtsstaat wird nicht zulassen, dass extremistische Gruppen, egal aus welchem Spektrum, unsere Demokratie und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt bedrohen. Informationen aus diesem Artikel stammen unter anderem von der Bundesanwaltschaft, der Polizei und dem Bundeskriminalamt. Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. Donnerstag, 4. April 2024, Autorin Anita Farke Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.